Das war aber die nächsten Raffenscrans, Bayern's Williams Vorbild. Und heute wird ja auch nicht zugleich, aber ich finde, junge Abends des Landkreises schon wieder teilen. Und ich würde sagen, die Jugendmusik hat den Feuertaugen bestanden, oder? Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die nächste Runde. Dankeschön, dass ihr euch mitmachen habt, dass ihr mit uns mitgegangen seid, dass ihr mich nicht passen wollen wollt. Ich möchte es euch freuen, gibt es im nächsten Jahr ganz bestimmt eine Freizeitze. Ich wünsche euch, danke schön an die Frau Bauer-Mäder hinten, schnell das wird ganz bestimmt eine Freizeitze gesagt. Und natürlich auch für die Schlampe-Kotterreise heute, es sollte im Amts herzlichen Dank an die Marien Bauer-Mäder. Dankeschön. In diesem Sinne sind wir heute Dankeschön. Und sie hat sich mit uns einen schönen Abend noch ruhig noch auskennen lassen. Dankeschön und willkommen zu den Abend. Tschüss, super! Wir müssen uns noch nicht einnehmen, denn jetzt kommt jetzt gerne ein DJ, und die Waren noch gehört, wo es ruhig noch auskennen lassen wird. Tschüss, tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! Tschüss! Tschüss, tschüss!